hallo leute und herzlich willkommen zurück zu neuen shop video hier auf meinem kanal wenn ich diese ganzen videos auf dem kanal gefallen und ihr in zukunft auch keins mehr verpassen wollt dann das gerne ein abon like da würde mich auf jeden fall extrem supporten und support ist auch kein mod wird sagen das wird schnell zurück in item shop und gucken was dort heute wahrscheinlich dafür neue oster skins drin sind ja und let's go ok ein hase aber ein böse hase und der sieht verstörend aus das wirklich ein horror hase vor allen die ohren müssten doch extrem nerven so bei der sicht ich weiß wenn die dem platz und sicher im wind herum alter der skin ist so unglaublich gruselig ich hätte mir nicht gekauft ich hasse solche skins aber es ist einfach unglaublich böse dieser skin dann habe ich die stahlkarotte ja ist ganz nett die spitzsäcke natürlich auch ganz netten sound sieht aber auf jeden fall eigentlich ganz cool aus der finster hat sieht aber einfach so unglaublich gruselig und komisch aussehen würde ich mir deshalb einfach nicht kaufen haben wir heute dann haben wir das taschenrechner team set im shop heute darf die spitzsäcke die hacke hatte hackematik interessanten sound sieht ja auch eigentlich ganz cool aus für im von der lieber szene für klar haben wir die ja die experten ist auf jeden fall ein cooler skin sieht ganz nice eigentlich aus 1200 vbox gene für auch vollkommen klar haben auch den papier das papier flugzeug sieht auch ganz cool aus ist jemanden sehr spezieller gleite und 800 vbox gehen sind wirklich günstig eigentlich dafür aber die gaunerin heute im shop finde ich ein bisschen teuer und skin dafür hat er eigentlich zu wenig von gliedern skin für blau wäre in ordnung aber so finde ich ein bisschen zu teuer aber den sternstab ist eine cool spitzhacke hat auch schönes sound effekt und ist ja eigentlich auch reaktiv glaubt die glitzert so ein bisschen ja sieht auf jeden fall ganz cool aus mit dem glitzern hier und dann haben wir auch die taktik offizieren ist ein sehr alt das ging glaube ich schon er gehört jemand auch zu den no skins wenn man immer so no skin haben will dann kann sich den kaufen sonst würde ich eher davon abraten aber tagtraum ist ganz nice im mut eigentlich für 800 vbox dann aber häschen hüpf fortbewegung simot und der sieht ja mal lustig aus alter der den kauf ich mir alter der mut sich so witzig aus ich feier den dann haben wir den hyper gleiter ist eigentlich auch ganz cooler gleiter von den farben her sieht eigentlich ganz nice aus das war es auch schon mit dem battle royale shop und dann würde ich sagen ich wünsche noch mal rüber rette die welt shop und gucken was dort so neu ist sagen soll das ist ja nur slam was ich erneuert 300 vbox gucken direkt wieder auf meinen nacken fast das ganze emote troll wollte lastwagen schon wieder naja manchmal kann da ganz gut drin sein aber ist eben nicht allzu häufig das selbst wirklich gutes drin war ich hoffe ich halte dann auch beim nächsten video wieder hier zu mir rein und bis dahin ciao